Die Kosmetikindustrie redet uns ziemlich erfolgreich ein. Männer sind immer so alt, wie sie sich fühlen und Frauen sind immer so alt, wie sie sich anfühlen. Wie sehe ich aus? Bei der Frage habe ich eigentlich jetzt schon verloren. Gut. Noch ein Buchstabe weniger und es ist ein Geräusch. Äh, schön. Welches schön? Schöne schön. Bezaubernd, elegant. Gesund. Äh, wohlgenährt. Kräftig. Dick. Sportlich. Welche Art von Sport? Irgendwas mit Pferden. Wow, in dem Hosenteil hast du voll den sexy Po. Echt? Boah, ich finde dich auf dem Pferdarsch. Wo sind wir hier? Na, bei Guido. Ich dachte, Guido ist eine Pizzeria. Vielleicht ein Pullover. Oh ja, schön. Grobstrick. Ja, super. Gibt es gerade ein bisschen schwindelig? Alles okay mit ihm? Schau mal, Schatz, es ist Guido. Eine Pizza Quattro Statione. Weißt du, wo der total gut zur Ergeltung kommen würde? Auf dem Sideboard im Souterrain. Ja. Da wäre der mega schön. Ja? Mhm. Ja. Und dann ging mir plötzlich ein Licht auf. Souterrain bedeutet Keller. Das ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Hier kann ich ich sein. Nein! Nicht die. Die darfst du niemals nehmen. Warum nicht? Die sind nur für Gäste. Welche Gäste? Hi, Süße. Na, ihr Süßen. Wie süß ihr aussieht. Danke, die zu. Und erzähl. Wie war denn dein... How was your wild, super hot, juicy, sexy Date night? Wenn du nicht willst, dass ich etwas verstehe, solltest du nicht unbedingt die Werte benutzen, die einen Big Mac beschreiben. Wenn Bobby mal einen erogenen Punkt gefunden hat, dann beschäftigt er sich damit so lange, bis es eine erogene Wunde wird. Die total indiskrete. Ich würde nie mit Hoffmann über so intime Sachen zwischen Claudia und mir reden. Ein Freund von mir, der Bernd, von meiner Arbeit. Wer hat ein Problem? Was ist denn Bernd eben sein Problem? Dass seine Frau das Problem hat, dass sie keinen Orgasmus bekommen kann. Aber das ist doch kein Problem. Nein? Weil ich die Lösung habe. Meine neue App. Leck mich. Einfach die Pfeile nachlegen. Man kann auch Punkte sammeln. Hier. Aber versau mir nicht mein Score.